Mein Nachruf. Wie mein Nachruf aussehen soll, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wie er aussehen wird. Er wird aus einer Silbe bestehen. Papa und Mama sitzen am abgegessenen Abendbrottisch und vertreiben sich ihre Ehe mit Zeitungslektüre. Da hebt er plötzlich den Kopf und sagt, denk mal, Theobald Tiger ist gestorben. Da wird sie meinen Nachruf sprechen. Sie sagt, ach.